auf MMOGA eine Aktion gewesen so, ich kaufe nicht zu bei MMOGA, die wollen noch Geld von mir das geht noch nicht jemand hatte mal meinen Paypal Account direkt und hat bei MMOGA Playstation Network Keys bestellt und dann habe ich das über Käuferschutz gemacht dann habe ich mein Geld wieder bekommen irgendwann wollte ich mir zweimal ein Battlefield bei MMOGA bestellen auf einmal wollten sie erst das Geld für diese Playstation Network Cards, die ich nie selber gekauft habe bevor sie mir meine Battlefield Keys gegeben dann habe ich ein Konto zurück gebucht dann hat Paypal sich noch beschwert und wollte Geld haben am Ende hat keiner Geld gekriegt und keiner hat Battlefield bekommen und deswegen kann ich da nicht mehr bestellen das geht noch nicht ja, weil eigentlich ist die Seite geil aber ich hätte jetzt selbst dann kein Geld für selbst wenn es 24 kostet bin in diesem Monat blank du hättest, du kannst einfach deine Mutter an der Kronen machen bei Paypal ich habe noch Geld für zwei Tees und das muss reichen mein Heisenberg-Uleut geschickt meins auch ja, nice sollte so spätestens, ich denke mal so Mittwoch Donnerstag Mittwoch Donnerstag wahrscheinlich mit Pech Samstag spätestens, aber meistens geht es echt freitagig ja bei dir vielleicht einen Tag länger nächste Woche nach Magdeburg, ich kann kosten ey ich will da was ich da will ich will da gar nichts ich muss dahin ich will da hin Firma oder wie Arbeit Trüffungsvorbereitungskurs oh� eine Woche lang Das macht mir jetzt keinen Spaß. Ja, das ist klar, dass nicht alles Spaß macht. Wäre es ja irgendwie, wie wenn man zu Hause ist, war alles Spaß. Von 8 bis 18 Uhr durchleeren, habe ich echt keinen Bock drauf. Ahhhh. Mal. Aber dann würde da eine gute Prüfung hast, dann hat sich das auch wieder gelohnt. Ja, dann hat sich das gelohnt. Wenn es nicht so ist, dann bei sich in den Tisch, ey. Dann hat sich das nicht gelohnt, nein. Weil ich muss die Prüfung gut machen. Weil ich hab dann auf jeden Fall die Bestätigung, dass ich übernommen hätte. Ja. Beim muss ich mindestens schaffen. Ich drücke die Daumen. Ach, ist ja nicht so, ey. Ich muss verkaufen. Ich weiß gar nicht, was ich dann da machen soll, ey. Um irgendwie runterzukommen oder so. 18 Uhr und danach, ey. Der nächste Supermarkt ist 15 Kilometer entfernt, ne. Krass nischt in der Gegend. Außer ein Bundeswehr-Sperrgebiet, ne. Dünes Waldstück mit Minen und was weiß ich nicht. So, jetzt haben wir auch in der Nähe so'n Ding. Cool, ne. Ja, aber... Du findest du nur selten... Oh. Ah! Dann findest du nur selten scharfe Munition. Nur selten. Weißt du das? Nur mal. Was wir waren schon auf so einem. Und ein bisschen Rambo gespielt. Und ich hab mich wiederbelebt. Ich bin ein Idiot. Kurz verkaufen. Ich bin schwer verletzt. Weil ich hab mich halt so vorgefressen in der Arbeit. Weißt du, ich hab mir richtig erstmal lecker Semmeln geholt. Mit Käse, Wurst und allem. Guck dir die mal. Okay. Dann fress ich das ganze Zeug und dann erfahr ich, es gibt Kuchen, weil irgendwer irgendwie Geburtstag hat und schon so. Hammer lecker, super süßer Schokolade, ey. Hab' ich natürlich nicht reingegangen, bis der weg war. Ah. Noch nicht bereit. Z-z-z-z-z. Ja, aber vor dem NPC was liegen lassen für dich. Für wen? Für Alex. Nur Alex. Oh ne krank Steht die vom nebenhin die Schuhe hier? Die mit ganz viel Geschick oder so das Waffen geht Warte dumme Nidale Die sind nice Danke Boah Wo ist das von Hendrik noch irgendwas? Ja vor dem Schmied da Also nicht vor dem richtigen Schmied Sondern vor dem anderen Typen da Die Viewer Typen? Ja der links daneben Ah da Oh ne sorry Lukas Schuhe konntest du jetzt nicht übertreffen mit deinem No Hooray ich hab gewonnen Yeah Mein Preis ist ja 15 Ruf bei Alex Fraktion Nein Bist nur noch unfreundlich Nach sieben Jahren oder so hast du es von Hass erfüllt zu unfreundlich Ja Nein Wenn du erfürchtig bist dann Kriegst du meine PS3 Geil also in 300 Jahren und dann ist es aber wieder viel wert Weil dann ist wieder ein Ist nicht ein Architekt Warte wie heißt das ein Relikt Ein Architekt Ein Architekt Das ist wie der Architekt Der von Matrix Oh Matrix war auch so mein Fakt Ja Okay Ja war auch mein Fakt Oh ja Geht Saturen sollte man nicht vergewaltigen Saturen? Hä? Irgendwas ganz nach der Natur eingetippt Ja Ich wollte das wirklich ausreißen Ja aber wie ist das Vergewaltigung Diese Saturen Ja wartet ihr jetzt diesen mal auf den Mob Ein Schirm Jeder Blaue Heini hier spawnen Mach Ich habe mein Zuhause zwar verlassen Musste ich gar nicht Ist das dein Herz? Ja ich hab's vielleicht vergessen Krass gelbe Wir sind auch bei Normal Da hab ich nichts gesagt Ja Normal Interessiert mich da was da droppt Wow Und jetzt interessiert es dich schon Ihr habt mich ohne nachzudenken getötet Soweit ich euch nicht mehr benutzen mag Münkskopf Scheiße Mann Das war wieder so ein Mob ne Nur mal so Der kommt dann schon nach Ja denke ich auch Welches Level oder so Seid ihr denn bei Zehnfünfzig Der hat schon irgendwie Ich eh du meinst jetzt Paragon Level oder? Nein Wir haben neuem neuem angefangen Ich brauche mehr Zeit Ja wenn ihr noch Zeug braucht Äh Gern da Zeug von meinem alten haben Später sowieso nicht mehr Oh mein Gott Oh mein Gott What the fuck is going on Aber da ist doch das super neue PvP jetzt gekommen Ich bin wieder gesund Ich bin wieder gesund Ich bin jetzt sicher Es ist jedes mal einfach nur jeder gegen die EZ Ja Eigentlich wollte man ja auch gar nicht viel mehr nur das mal gegen andere Leute zocken kann Nein die wollten ja so arena mäßig und so weiter reinbringen Das hatten die alles angekündigt Wo man dann halt einfach random gegen irgendwelche Leute spielt Das geht ja immer noch nicht Du musst ja irgendwie in der Gruppe sein Nur mit denen im Bett oder in der öffentlichen Spiel halt Du kannst nicht einfach mit irgendwelchen Leuten aus dem Internet spielen Die das auch machen und du musst erst wieder eine Gruppe suchen und so Ja dann läuft das beschirm wieder alles nur über EZL ne Das läuft wahrscheinlich gar nicht Das ist so unbalanced Da wird niemand in der EZL spielt draus Egal wie der Blizzard sowas will Achso wegen dem Gear ne Ja ja das sind Fähigkeiten Fähigkeiten Absolut Absolut Ich blizzard jetzt nur über StarCraft drauf PvP zu machen Wenn überhaupt StarCraft läuft es ja Jaja Das finde ich jetzt nicht so extrem balanced muss ich sagen Ach du kannst mit allem gegen alles gewinnen Ja das schon Das ist ja das worauf es ankommt Außerdem außerdem ist das Spiel ist nie perfekt gebalanced Weil ihr Ziel ist es perfekt zu machen aber das ist unmöglich Sie arbeiten immer weiter dran Ich erinnere mich Zumindest das StarCraft näher dran am besten verlinksten als die meisten anderen Spiele Aber perfekt wird es glaube ich nie werden Das sind bitte die Nein 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 Aber sie haben nur mehr Leben und nicht vervielfachen Mhm Aua 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 Ich werd hier rumgerecht wie ne Hure Ich sterb jetzt Irgendwie hat ne Gabel aufgenommen Ja Das geht noch nicht Ich wurde getroffen Aber ich hab noch mehr gepult Aber ich hab noch mehr gepult Ist hier irgendwo ein Hilfglobe oder so Ich seh keinen Nicht gerade Bitte sehr Nice Ich hab geändert Ja Level up Nitzel Volle Geistesgraf Nachdem er Anhänger um sich gescharrt hatte Oh Gott Nahm Inarius den heiligen Weltenstein an sich Und benutzte ihn um eine Welt zu erschaffen und zu verbergen Die er Sanktuarium nannte Denn Monen und Engel flüchteten sich dort hin Und einige von ihnen darunter Inarius und die Geht noch schon gut rein Nicht mehr identifizieren kann man den kurz Packen wir uns Das geht noch nicht Das geht noch nicht Boah diese Meteore die ganze Zeit vom Himmel kommen Kann man die als Zauberer überhaupt noch machen ne Ja aber So cool sind die nicht Das geht noch nicht Also die müssen doch nur so sein wie die da Mach mal geil Was bringt das? Mir Schaden Weißt du wie wenig? Ja die sollten natürlich genügend Schaden machen Ah fuck überall Leuchtet's Oh da ist wieder so einer mit verseucht ey Kann man wie eine Globo Das legert keiner Bin ich tot Boah Boah Die Brunnen der Himmel waren mit der Energie des Kristallbogens erfüllt Und schnell noch bei mir Jetzt bin ich auch Ich lebe noch Auch nur weil ich weglaufe Ich brauche mehr Zeit Ich brauche mehr Zeit Das Ding ist ja guck dir mal an was das jetzt für ein Schaden Wir haben jetzt 19.000 Leben Wie viel Schaden macht das so ein Meteorit? So 6k? Nein ich kann nicht drauf geachtet Wenn überhaupt macht das das Ich kann mich da nicht reinstehen und da drin kämpfen ey Musst du da rausziehen Ich brauche mehr Zeit ich bin schwer verletzt Ich komm hier an und bin sofort tot Ich Wir sind so hart Nein 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 Jetzt zu spät Mein Akon tickt Millisekündlich für 10.000 Ich würd jeden von uns in einer von 2-3 Sekunden wegfetzen Im PvP Ja Der Meteorit der fliegt dann auch nur für 10.000 oder so Und das 300 Jahre später Natürlich schnell sie ankommen Na jetzt können sie mir ein bisschen versetzt Und hau die gleich weg Das geht noch nicht Ich brauche mehr Zeit Alleine schon wenn ich den Akon aktiviere 100.000 Fuck it Mehr Wut Noch nicht bereit Ich bin wieder gesund Ich bin wieder gesund FU GOTT Ich Wut Ich Ich Wut Ich Wut Ich Wut Ich Musik Das geht noch nicht Jetzt Ich Es Wochen das geht noch nicht wie viele ebenen gibt es jemand das zwei oder drei es kommt erst mal es kommt erst mal kommt der ist dieser buster was gleich und kommt noch eine ebene Ich brauche mehr Zeit, mehr Wut. Das tickt bei 15.000, der Akkord, die Pokio für 15.000. Nice. Na komm, lass dich einmal Wut jetzt generieren. Ich sag, noch nicht bereit. Ja, jetzt schiebe ich sie. Nein, die ist dauergefrostet. Hat er schon früher auch schon so gefrostet? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht so pervers wie jetzt gerade. Ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Ich muss auch hier, ich kann nie casten. Das geht noch nicht. Jetzt einmal, so. Jetzt glaube ich da auch lieber was. Ich brauche mehr Zeit. Mach doch so ein Massen-Einfrieren manchmal, ne? Ja. Und jetzt komme ich gar nicht mehr weg. Dich doch. Nein, nein. Oh Gott, oh Gott, ich habe wieder. Nein. Noch nicht bereit. Jetzt reicht es mir. Akkord gleich wieder. Ready. Ich brauche mehr Zeit. Nein. Jetzt wird aber um. Ich habe auch eine gelbe Machete. Bitte. Danke. I'm very proud of me. Lukas? Hm? Vielleicht was für dich. Hm. Ich brauche mehr Zeit. Hm. Ah? Lukas, vielleicht was für dich. Beide sind nicht. Dann nicht. Nein, hier könnt ihr aber Henrik. Vielleicht aufgewogen. Hm. Hm. Ich habe mein Zuhause zwar verlassen, aber es so wiederzusehen. Jedwede Freude, die ich vielleicht empfunden, hätte wird von Trauer überschattet. Looks very great. So. Ich kann spüren, wie Diablos Verdammnis sich um das Licht des Himmels legt. Das geht noch nicht. Boah, wer schreckt denn da? Ich brauche mehr Zeit. Gruppen kuscheln. Ich brauche mehr Zeit, mehr Mut. Ich brauche mehr Zeit. Alter. Alex, kannst du auch Zweihänder tragen? Ja, aber... Kannst du? Ja, natürlich. Muss ich gar nicht. Außer die, wo wo man aufsteht. Ich habe eine Zweihand mit 157 DPS, aber auch noch 197 geschickt. Wo? Das geht noch nicht. Ja, ne. Für die Skillung nicht gut. Ja, dann habe ich sie verkauft. Muss ich mal verkaufen. Ich will alle verkaufen. Ich habe eine Treppenmotion. Ja. Ach. Eine letzte Schlacht. Ich bin hierher gekommen und zu... Ich will verdammt sein, wenn ich hier kann bloß abziehen. Dann habe ich eine Armschiene mit Int. Ja. Toll. Ja. So. Person надо... ich habe ihre Aufsneiter weg. Ich hab keine Saatur ge filos velvet.